Musik Seit rund zwei Jahren sind die umfangreichen Bauarbeiten für das neue Schölhaus Saubaum im Gang. Ein Ende ist absehbar und in Sicht. Biersstadt TV Reinhach hat sich ein Bild gemacht vom aktuellen Stand der Arbeiten. Wir sind aktuell im Innenausbau. Der Innenausbau ist voll im Gang. Nachdem Ende letztes Jahr die ganze Gebäudehülle und der Rohbau fertiggestellt worden ist, sind wir natürlich jetzt die Träume am Ausbauen. Wie hier im Hintergrund ersichtlich werden Böden reingemacht, Decken werden montiert und die ganzen Installationen seitens Haustechnik werden fertiggestellt. Vom Bauablauf ist es so, dass wir jetzt oben am weitesten vorgeschritten sind. Oben sind jetzt die Decken drin, Es sind die Böden drin und je weiter man runter geht, desto mehr Rohbaumässig sieht es natürlich noch aus. Unten werden noch momentan die Unterkonstruktionen gemacht, es werden Installationsrohre verlegt und Und ja, die groben Abende, bevor dann natürlich der Boden reingelegt wird, wo am Schluss gegölt wird, wie in einigen Räumen das schon erfolgt ist und wo dann niemand mehr draufstehen sollte. Die Abende sind also auf Kurs. Wir sind gut im Zeitplan, man sieht, die Räume sind vorgeschritten, gewisse sind schon fast bereit. Also da fehlen nur noch die Wandanstriche oder die Verkleidungen, die Schlussverkleidungen und dann könnte eigentlich schon möbliert werden. Auch kostenmässig ist man auf Kurs gemäss Budget. Die bisher grösste Herausforderung war, dass mit den verschiedenen Beteiligten und auch mit der Nachbarschaft alles möglichst reibungslos funktioniert. Größere Probleme gab es nicht. Es gab eine gewisse Verkehrsthematik, die natürlich aufgrund der Anlieferungen stattgefunden haben. Aber im Grossen und Ganzen hatten wir hier wenig Rückmeldungen. Die nächsten Meilensteine sind der Innenausbau und die Umgebungsarbeiten. Der Innenausbau, wo jetzt gerade so viele Handwerker in einigen Räumen am Wege sind, unterschiedliche Handwerker, ist natürlich die Herausforderung auch, dass man zeitnah verarbeiten kann und natürlich aneinander vorbeikommt. Nachher geht es dann an die Umgebung. Die Umgebung hat zwar schon angefangen, aber dann werden Spielplätze, die Allwärterplätze, die Kunststrasse, die Zufahrtswege erstellt. Die Übergabe vom neuen Schulhaus an die Gemeinde erfolgt bereits im kommenden Juni. Dann wird das ganze Möblieren sein. Der ganze Umzug vom Suumatte ins neue Suumbaumschulhaus wird während der Sommerferien sein, sodass dann der Unterricht planmässig nach den Sommerferien starten kann. Das offizielle Eröffnungsfest vom neuen Schulhaus Suumbaum ist dann am Samstag, 19. Oktober. Der diesesjährige Reinacherpreis geht zum ersten Mal an zwei Personen, und zwar an Dirma Maier und Theo Heimgartner. Der Gemeinderat hat entschieden, eine solche Leistung dieser beiden Persönlichkeiten zu Gunsten von Reinach zu würdigen. Dirma Maier engagiert sich seit vielen Jahrzehnten in verschiedenen Bereichen, z.B. bei den legendären Küchlefrauen oder im Turn- und Schützenverein. Zudem hat sie eine Stiftung ins Leben gerufen, die bedürftige Personen in Reinach oder auch gemeinnützige Projekte unterstützt. Die Bierstadt TV Reinach hat darüber berichtet. Theo Heimgartner hat sich seit seiner Pensionierung der Reinacher Geschichte verschrieben und schon zahlreiche Ereignisse historisch aufgearbeitet und auf Papier gebracht. Die Preisverleihung an Dirma Maier und Theo Heimgartner ist öffentlich und findet am Freitagsabend, 8. März, ab 6 Uhr im Gemeindezentrum statt.